Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige dir, wie du dein Excel-Arbeitsblatt vor den unerwünschten Eingriffen deiner Kollegen schützen kannst. Es sei denn, du möchtest, dass sie die Zahlen auf magische Weise verschwinden lassen, um ihr eigenes Budget zu erhöhen. Aber keine Sorge, ich werde dir nicht nur zeigen, wie du deinen Arbeitsplatz schützen kannst, sondern auch, wie du das Filtern von deinen Daten erlauben kannst, damit deine Kollegen nicht mit den Augen rollen müssen, wenn sie versuchen, durch deine unordentlichen Tabellen zu navigieren. Also, lass uns deine Excel-Fähigkeiten verbessern, sehen wir uns die einzelnen Schritte dazu an. Ich habe dazu ein Excel-Beispiel mitgenommen und zwar sehen wir hier eine einfache Kontaktliste mit mehreren Spalten, Kunden-ID, Firma, Kontakt, Kontakttyp und so weiter und ein paar Einträge dazu. Nun möchten wir dieses Arbeitsblatt schützen durch ein Kennwort und aber die Filterung beibehalten und zwar, dass ich beispielsweise wie hier diese einzelnen Selektionen durchführen kann. Wenn ich nun das Arbeitsblatt schützen möchte, dann navigiere ich im Menü auf Überprüfen und darin gibt es den Bereich Schützen und kann hier ein Blatt schützen. Und zwar gebe ich hier mein Kennwort ein und bestätige mit OK. Nun erhalte ich eine weitere Aufforderung, das Kennwort wieder einzugeben. Ich fülle das aus und wir haben nun das Arbeitsblatt in Excel geschützt. Wenn ich nun etwas ändern möchte, erhalte ich nun diesen Warnhinweis, dass ich hier auf ein schreibgeschütztes Arbeitsblatt zugreife und wenn ich Änderungen vornehmen möchte, muss ich eben diesen Blattschutz aufheben. Wir möchten darüber hinaus jedoch die Filterung erlauben, welche hier aktuell nicht möglich ist. Wie können wir das aktivieren? Indem wir nun den Blattschutz aufheben. Ich gebe mein Kennwort ein. Im Anschluss klicke ich wieder auf Blattschützen und wir sehen uns dieses Menü näher an. Und zwar gebe ich wiederum hier das Kennwort ein und dann gibt es viele Optionen, die ich für den Benutzer sozusagen zulassen kann. Und in unserem Fall möchte ich den Autofilter erlauben. Ich bestätige mit OK und gebe erneut das Kennwort ein. Wenn ich nun den Gegentest mache, auch hier kann ich wiederum keine Änderungen vornehmen, jedoch kann ich Filterungen durchführen. In diesem Fall habe ich zwei Elemente herausgenommen und wie wir sehen, kann ich nun die Tabelle wie gewünscht für das Filtern erlauben. Wenn du das Blatt später bearbeiten möchtest, musst du den Blattschutz deaktivieren und wieder auf die Registerkarte überprüfen und Blattschutz aufheben drücken. Das Kennwort anschließend eingeben und du kannst wiederum das Arbeitsblatt verändern bzw. anpassen. Nachdem du das Arbeitsblatt bearbeitet hast, aktiviere den Blattschutz erneut, damit es sozusagen vor unerwünschten Änderungen geschützt bleibt. Das ist im Wesentlichen der Prozess, um ein Excel-Arbeitsblatt zu schützen und das Filtern zu erlauben. Es kann je nach Excel-Version geringfügig variieren, wo du diese Optionen findest, aber die grundlegenden Schritte bleiben gleich. Bitte nicht vergessen an dieser Stelle, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.